Herr Motti, die UBS hat in einem schwierigen ersten Quartal einen Gewinn von rund 700 Millionen Franken und damit deutlich weniger als im Vorjahr erzielt. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Bank? Das Resultat war robust. Das Vergleich mit dem ersten Quartal von 2015 war nicht einfach, weil wir haben ein sehr starkes Ergebnis erzielt damals. Und in diesem Sinne, wenn ich schaue, das Makro-Umfeld und das geopolitische Umfeld im ersten Quartal, die Resultate sind robust. Das Jahr 2016 hat mit heftigen Marktturbulenzen begonnen. Hat sich die Situation im zweiten Quartal bisher beruhigt und was erwarten Sie im weiteren Jahresverlauf? Ja, ich glaube, dass die Situation sich nicht dramatisch geändert hat. Die Problematik, die wir in den letzten Quartalen gesehen haben, sind noch da und sind nicht gelöst. Und deswegen müssen wir uns fokussieren auf unsere Strategie und wir müssen diszipliniert weitermachen, weil auch eine kleine Erhöhung dieses Sentiments und das Makro-Umfeld wird uns sicher begünstigen. Die Neugeldzuflüsse sind mit rund 29 Milliarden sehr stark ausgefallen, nachdem im vierten Quartal noch Abflüsse zu verzeichnen waren. Haben Sie hier Ihren Fokus wieder etwas weg von der Qualität und hin zu mehr Quantität verlagert oder weiter die gleichen strengen Maßstäbe an die Neugelder angelegt? Ja, also die einzige Konstante, die wir gehabt haben in den letzten Quartalen, war das Fokus auf Qualität anstatt Quantität. Und in diesem Sinne, ich bin sehr zufrieden über die Resultate des ersten Quartals, weil das war wirklich auch qualitatives Neugeldzufluss. So hat sich nicht geändert in diesem Sinne. Sie haben Ihr Kostenreduktionsziel von 2,1 Milliarden Franken bis Ende 2017 bestätigt und davon bis Ende des ersten Quartals 1,2 Milliarden erreicht. Reicht das aus oder sind zusätzliche Einsparungen notwendig? Ja, wir sind jetzt sehr fokussiert, diese Ziele zu erreichen. Es ist nicht einfach, wir haben noch fast 900 Billionen, wir werden bis Mitte dieses Jahres 1,4 Milliarden erreichen und wir gehen weiter. Klar müssen wir auch taktisch hier und da etwas machen, um dieses Umfeld zu meistern. Aber eine Sache ist klar, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht die Gelegenheit verlieren, in einem normalisierten Marktumfeld davon zu profitieren. Zuletzt war in der Presse von einem zusätzlichen Abbau von mehreren hundert Stellen, hauptsächlich in London und der Schweiz die Rede. Sind diese Teil des laufenden Sparprogramms? Genau so, wir haben vor langer Zeit angekündigt, dass wir unter diese Programme gehen. Die richten sich vor allem im Front-to-Back-Bereich, Optimisierung unserer Prozesse. Was Sie sehen und hören, ist einfach nur die Execution-Phase von diesen Programmen. Sehr gut läuft das Geschäft ja in der Schweiz, wo Sie viele neue Kunden gewonnen haben. Woher kommen diese und wird das so weitergehen? Normalerweise im ersten Quartal haben wir immer einen positiven Zuwachs von unseren Geschäften. Aber das war sehr positiv im ersten Quartal, speziell im Sinne von jungen Neukunden, die gerne unsere E-Banking und die digitale Offerte benutzen. Und für viele Anleger ist die UBS eine Dividenden-Story, wobei die Erwartungen zuletzt etwas enttäuscht wurden. Können die Investoren neben der normalen Dividende dieses Jahr auch wieder mit einer Zusatzdividende rechnen? Also unsere Dividenden-Politik bleibt und verändert. Und Zusatzdividende ist eine besondere Sache und wir haben ganz klar kommuniziert, das ist nicht ein Teil unserer jährlichen Politik. Wir haben vor, eine Basis-Dividende zu wachsen und das ist unsere Politik.